Ja, moin Mädels, moin Jungs, hallo, heute spielen wir mal den Gaststation Simulator. Ne, die Demo bedeutet, hier ist bestimmt noch nicht alles picobello, aber looken wir mal rein. Oh, stopp, yo, hier sind wir jetzt hier leider mitten in der Neid, alle. Sag mal, tu das nur, dass das Telefon so laut ist. Hallo? Hey Cousin, thanks for standing in for me. Listen, I'm getting busy already, so I try to keep it simple. The station is just a little further ahead. When you get there, clean the place up. It's a mess. There's a festival or something going on in the town. Over. Over, Roger that. Actually, so ein nice Wort, ne? Sagen voll viele so aus meinem Leben mittlerweile. Actually, I bet you won't beat my daily earnings record. Aha. See you, Cousin. Nach hinten raus, sind wir ein bisschen ghetto geworden. Das ist jetzt hier mein, das ist jetzt hier mein Laden, ja? There's new mail. Schon wieder? Purchase a broom using a PC in a quibbit. A quibbit. Alter. Das ist der PC? Guck mal. Was ist das denn? Ich soll ein Broom kaufen, haben sie gesagt. A free broom. Ach, das ist ein Besen. Ich bin in Englisch main. Broom is the main tool of keeping your station clean. Find the dirty footprints or dirt stains and get rid of them to keep the dirtiness level low. How low can you go? Cleaning. Filthy, dirty and clean. Dirty station will make you lose customers. You can check level of dirtiness in the top corner of the screen. There's three states of dirtiness, two which are important. Two which are important? Zwei. Hä? Äh, zwei, die wichtig sind. Oh, ich hab hier nen Besen. Jaja. Ich will erstmal gucken, hier gibt's so richtig nice Fluppies. Aber was ist das? Hab nichts gemacht. Gut, dann machen wir jetzt mal Filfinest Level Low, Digga. Oh, ja. So, zwei noch. Eins noch. Task. Komplett. Geil. Trash. Ich hab nochmal so ne Band hier, heißt ja auch Trasher, ne? Sind die auch Müll? Most objects can be carried and thrown. If you throw things into the market bins from a large enough distance, you will get score based on the distance and combo. Auf how many successful throws in a row? Alter, stell dir vor, ich würde so wirklich englisch talken, Allah. In between the lines, weiß wie ich mein. Äh, ich nehm den Sack. Ah, ich muss gedrückt halten. Yeah. Ey, Kobi. Yeah. You were too close? Be too close. Oh, shit in my ass. Oh. 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 Hey, nee, Schiri. Oh. Das gab einen Sound. Warte mal, draußen ist doch richtig ein nicer Korb. Easy. Ja, da ist der Record. Komm, alle guten Dinge sind dry. Äh, ähm, alle guten Dinge sind dry. Long distance shot. Mist. Wie weit kann man so einen Sack schmeißen? Digga, du kannst sie ja übelst weit wegschmeißen. Hier ist der Müllsack gelandet. Customer and Fuel. Oh no. So. Flüge, Junge. Ah. Hallo. Ich bin jetzt ein neuer Besitzer. Was willst du denn? Target the fuel cap and press LMB. Du start fueling the car. It's a requested mark to get paid. Und rein damit. Äh. Ah. Wie no, no, no? Der hat mir nichts gezahlt. Ich hab voll gesabbert. Du bleibst jetzt hier. Du spinnst wohl. Ey, ich hab dir mehr gegeben, als du verdient hast. Mehr, als du wolltest. Und du gibst mir no money, Allah. No money, no Fahri, Allah. Weißt du, wie ich mein? Der fährt einfach weg. Ohne zu bezahlen. Alarm. Alarm. Ey. Du hast nicht bezahlt. Du Flachzange. So was. Hä? Ist dir das schon wieder einer? So, jetzt macht er voll. Yeah. Ich bin ein Lifesaver, Alter. Wieso können die Leute das eigentlich nicht selber? Wieso muss ich da einen reindrücken hier? Bla 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 bla. Bam. Zack. Okay. Ihr sagt beide das gleiche. Okay, bye. Have a great time. Exacto. Digger. Moin, Moin, Peter Hier ist eine Frau, ne? Jo, Petra Alter, jetzt geht's aber los Jetzt kommen wir in Stress Accuracy Score 2 Also wir haben schon zweimal richtig schön reingebummt da Äh, ne? Mit unserem Bunkel Jo, tschüss Alter, jetzt wird's richtig voll Jetzt wird's richtig voll Jetzt kommen die Leute hier an Okay, Karl, du hast das geübt Moving the Canva Belt With the Client Shipping towards the bin Using Shift Ah, lol Oh, my goodness Ja, Ehre, Digga Es ist ja Piss dich Boah, Alter Hier hier richtig einkommen Wuhu Ah, na, na, na Dad'll do Dad'll do Ja, ja, ich bin ein Lifesaver Weil ich einfach meinen scheiß Job mache, Digga Piss dich aus meinem Laden, ey Es ist filthy Warte mal aufhören, hier Meinen Laden zu verunreinigen So Alter, schön Corona-Bier Hallo Was haben wir denn hier? Ein Eis Noch ein Eis Thanks Bitte Ey Der hat mich fast übergebrät, der spinnt wohl Also ich muss hier andauernd sauber machen Die Leute trampeln mir hier den ganzen Laden, dreckig Nochmal, tut das Not, dass die Tanke so dirty ist, oder was? Soll ich ein Auto repaaren, ne? Wo machen wir denn das? Hier ist erstmal Toilet Und hier ist auch nicht schön, ne? Oh ne, froh in the way So, aber das Klo ist halt einfach nur ein dreckiges Stück Klo Weißt du, wie ich mein? Vor allem, das sind einfach so Klos ohne Türen Ist das schon jemand aufgefallen? Man kann sich hier schön zum Kekern hinsetzen Und dann gegenüber setzt sich auch nochmal einer hin Und dann kann man schön über LAN-Kabel irgendwas gemeinsam zocken Das ist ja mega geil Da muss ich erstmal drauf kommen Gucken wir mal, ob wir jetzt hier noch einen Rekord ausstellen können So, wir gehen hier schön an die Grundlinie Peilen das Ziel an Versuchen den passenden Winkel zu treffen Alter, der Sack ist dahinter drüber weggeheb Also so über drüber weggeheb Also weißt du, wie ich mein? Also noch ein bisschen höher als diese Kabel da drüber Weißt du, wie ich mein? Das muss er sein Ah, noch ein bisschen Noch ein bisschen, Allah Noch ein bisschen mehr Das muss er sein Boom Hier 31,1 Das ist schon ziemlich sick, sick Ich denke mal, das ist so der krasseste Rekord in der History of Rekord Shady Rekords, Alter Moin, moin Du willst also, dass ich ein Auto heile mache Customer's Kind bringt sie Brottencars hier für Emergency Fixes Junge Frau, dann gucken wir uns doch mal an, was wir hier haben So Dann fahren wir das Ding doch Das geht nach Zeit? Also, wir haben einen kaputten Spiegel Wir müssen mal in die Motorhaube reingucken Und das Rad muss weg Aha, aha, aha Also junge Frau Eins kann ich Ihnen schon mal sagen Das wird teuer So, erstmal wegscrooen So, Reifen weg Neuer hin Und reingescoot Alright, alright, alright So, erstmal die kaputten Scheiben hier Ne, die Gläser Dann setzen wir das Ding einfach schön ein Zack, zack, zack Alter, das ist ja eine richtige Spritze Und verabreichen Ah, die Kratzer So Waschen können sie den Bums eigentlich auch mal wieder, ne? Beat your cousin's record in 24 hours Oh Oh, was? Yo, erstmal schön an Abseilen Oh, ne Hände waschen So, wir müssen jetzt hier richtig Gas geben So, zack, was willst du? Bisschen, bisschen Öl Oh Der nächste bitte Alla, geile Kiste Kann ich damit auch mal fahren? So Tschüssi Ja, amelar Hallo Mann, Mann, Mann Ein Donut Ja, klar So, mach nen Abgang Zeit is money Rainbow Stick Noch nen Rainbow Stick Bitte Alla, jetzt löppt der Laden, ne? Oh, erstmal einen schönen Wein, Alter Vino Blanco Oh Oh Alla, es geht so flotti Karotti Pass doch mal in der Garage Komm schon Also jetzt wird's stressig Geile Kiste Der will nur poliert haben, ne? Zack, dann polieren wir hier mal schön die Motorhaube So, die Kratzer werden rauspoliert Zack Perfect Strike Ehre ins Arsch noch rein Ey, jetzt muss ich auch noch putzen Ich muss hier alles alleine machen, ne? Erstmal hier schön Ey Nicht hinter die Theke Hallo Die geht da einfach hinter Ach, du hast ja da die Fluppen geholt Noch mehr Fluppen? Junge Piss dich Du müsstest den Rekord bregen Da will ich jetzt aber einiges am Money gleich haben, ne? Jetzt nochmal einen draufziehen So Schön draufgeben, Malta Den Bums Soll ich noch nen Spiegel ran da Und dann setzen wir direkt einen, ne? So Und jetzt geht Money 24 Na gut Für neun Reifen, Digga? Weil ich muss den neun Den alten Reifen muss ich direkt wieder entsorgen, ne? Zack Oh Was hätten sie denn gerne? Fanta? Noch ne Fanta? Noch ne Fanta? Noch ne Fanta? Los, weiter! Keine Zeit! Eis Boah, das ist ein Iso-Trägen, Alter Oh! Er ist weggeflogen Alter, wie die das immer so weit auseinanderlegen Könnt ihr das mal zusammenlegen? Ich krieg hier nen Rappel Immer so nen 5 Meter Abstand zwischen den Eidems Die haben kein Corona Hier will auch keiner ne volle Tankfüllung, ne? Hauptsache hier immer, äh Nur so 3 Liter Wir sind aber sehr gut in der Zahl Wir bauen nur noch 115 Kröten Und das werden wir wohl hinkriegen Ja, ja, Lifesaver, bla, bla Kauf lieber mehr, du Otto Es glückt mich da Ich will doch hier kein Lifesaver sein Ich will hier Money machen, weißt du, wie ich mein? Och ja, wenn du da reinkackst Ist doch klar, dass es disgusting ist, Digga Hör auf, hier reinzuschitten Wir brauchen noch 51 Dollar Oh, und rein damit Lass sie ihn nicht volltanken Das tiltet mich Der kommt gar nicht hinterher Ich bin schon so geübt Guck mal, wie ich hier die Wie ich Ast rein Da die Sachen übers Band ziehe, ne? Verpiss dich! Uh! Da haben wir es, ne? Gut, Leute Das war's mit der Gas Station Simulator Alligator Demo Wenn ich es noch nicht gemacht habe Lass mal gerne ein Abonnement da Wir haben nämlich bald 300.000 Abos Aktiviert mal die Glocke Oder kriegt ihr auch immer mit, wenn ein Video kommt Ansonsten immer Montag, Mittwoch und Freitag um 19 Uhr Tschüssi, Kowski Bis bald Und see you then Bro Huh